Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim in Hübsch Und wir müssen noch immer diese doofe Schriftrolle hier rausholen Ich habe sie aber bis jetzt noch nicht gesehen, ich gucke mir nochmal richtig die Quest an Die heißt Bringe die Schriftrolle des Alten in deinem Besitz Ich habe Ich reite Rachenfalter hin, ich habe herausgefunden Sprich mit Asgir, sprich mit S-Bahn habe ich Ja So Jetzt bin ich hier Jetzt muss ich mich fragen Wo ist diese scheiß Schriftrolle? Ich weiß es leider nicht Wow Das ist ziemlich Da müssen wir hin, das weiß ich Aber Es soll sie hier irgendwo geben Und ich weiß nicht wo es sie gibt Das ist mein Problem Oh, guck mal was hier vorne ist Sieht mal Stark nach etwas großem aus Ich würde sagen wir speichern mal kurz Ja Das war einfach mal mein Spielstand um zu gucken wie ich das mit dem Download-Cursor mache Äh, vielleicht sollte ich mal in die Fristpösten gehen Ich habe das ja das Problem, dass ich keine Pfeile mehr habe Oh Da sind ja noch ein paar Sachen Pfeil Madina Der hat auch nicht viel Oder zumindest ein Bisschen was So Ist hier sonst noch irgendwas Was man Oh Einhändig verbessert Super Und ein paar Pfeile Schön Ich frage mich wo diese scheiß Schriftrolle ist Habe ich die irgendwie auf dem Weg hierhin schon erhalten Oder so Oder muss ich die erst noch Finden Okay Gold Und der hat doch bestimmt auch noch ein paar Pfeile dabei Perfekt Schön So Nein Ich gehe mal hier weiter Und gucke mal was es hier sonst noch so gibt Es wäre doof wenn ich hier Nicht weiter gehen würde Habe ich vielleicht auf dem Hinweg irgendwas übersehen Oder so Ich weiß es nicht Was müsste ich denn übersehen haben Hm Tut mir leid aber ich kann es euch tatsächlich nicht sagen Oh was ist denn hier Hall of Union Was Hey Oh Oh mein Gott Was sind das für böse Typen Die auch noch jede Menge Geld dabei haben Und keine Pfeile Was ich ziemlich schade finde Wieso Was ist denn hier Auf der Tür Ja komm schon Nein Ihr seid tot Gut Boah Das Schwert ist geil Was kann ich hier mitmachen Huhu Öffne nach Blackwatch. Das möchte ich aber gar nicht. Ich möchte eigentlich nur diese scheiß Schriftrolle haben. Ich weiß aber nicht, wo ich sie bekommen könnte. Oder wo sie ist. Das ist mein Problem. Deshalb Gehen wir mal weiter. Wo können wir hier hin? Nach Blackwatch. Möchte ich aber nicht. Scheinbar geht es nur noch hier. Die Frage ist, wo ist diese scheiß Schriftrolle? Wieso muss ich jetzt nach da wieder? Ich laufe jetzt einfach mal dem Pfeil hinterher. Ja? Der sagt mir, ich gehe nach da. Und dann raus. Zack. Die Quitsch. Und der sagt mir dann, ich muss komplett raus gehen. Aber wieso? Ich verstehe das irgendwie nicht. Oh, hier sollte ich vielleicht nicht runterfallen. Da geht's raus. Habe ich vielleicht am Rätsel was übersehen? Oder war hier überhaupt dieses Rätsel? Warte mal. Bin ich hier überhaupt richtig? Boah, tut mir leid, Leute. Aber ich habe gar keine Ahnung mehr. Erstmal speichern. Oh, oh. Okay. Laden. Letzter Spielstand. Ja. Auf gar keinen Fall Riesen angreifen. So. Karte. Äh. L. Standort. Ich muss da hin. bringen die Schriftrolle der Alten in deinem Besitz. Ja. Am besten nichts sehen lassen. Oh. Cool. Stopp. Gar nicht cool. Trank der kleinen Heilung. Dann haben wir irgendwo Frostresistenz. Na? Flüchtige Unsichtbarkeit. Geringe Ausdauer. Nehmen wir mal Magieresistenz. Stärke Zerstörung. Schriftliche Magieresistenz. Schriftliche Magieresistenz. Schriftliche Magieresistenz. Magieresistenz. so einmal kurz ein Trank der Regeneration und ein bisschen Handlung mächtiger Seelenstein Eisenpfeile die beiden brauche ich nicht gut was hat mir das jetzt gebracht ich weiß es nicht auf jeden Fall kann ich jetzt hier weiterlaufen was ist denn das hier Silent Dream Krieger eine Truhe nur ein Gold Denver Platten ach das ist mein Schwert was das Geräusch macht gut ich habe keine Ahnung was ich tun soll tut mir leid Leute ich habe gerade auch keine Ahnung mehr wo ich hin soll was ist denn hier ja ich glaube hier sollte ich noch nicht hin ich weiß es noch nicht wo ich hin soll boah tut mir leid Leute aber ich habe absolut keine Ahnung Warte mal ich bin von oh aua ich bin glaube ich von hier gekommen oder hier können wir gegen noch einen von diesen Typen kämpfen nein aber wo komme ich nochmal raus oder wo bin ich reingekommen eher gesagt warte mal boah habe ich mich jetzt hier wirklich drinnen verlaufen oh mein Gott wie riesig ist denn das Ding ach ja okay kein Wunder dass ich mich nicht mehr zurecht finde also ich muss jetzt nach hier scheinbar hoffe ich ach ja hier habe ich ja auch so ein paar Leute gekillt nein ich möchte jetzt keine Zwergenzenturien wieder auferleben lassen ja hier oben genau ich glaube ich habe beim Rätsel etwas nicht gemacht hm auf der Cathedral oh ich muss sagen das tut mir jetzt wirklich leid aber ich habe keine Ahnung wo ich hier hin muss so bringe die Schriftrolle der Alten in deinen Besitz das ist was anderes da oben konnte man hin ich muss ich glaube ich habe bei diesem Zauberrätsel was übersehen wo kann man nochmal weiter oh ich bin gerade über die Fallen einfach so drüber gegangen doch hier kam ich raus oder kam ich da oben raus ne da oben ging es nicht weiter also hier wow diesmal habe ich die Fallen ausgelöst das kann doch nicht wahr sein wieso nur wieso bin ich so scheiße so richtig schön scheiße na oh guck mal hier wird einem angezeigt dass man nach da oben muss wahrscheinlich habe ich hier wirklich was übersehen nein es wird angezeigt dass man nach da unten muss oder warte bitte ja es wird angezeigt dass man nicht da muss gut 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 ich habe total keine ahnung habe ich vielleicht irgendwas in den Objekten so als Buch nein 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 habe ich vielleicht nein nein lassen jetzt Stachel Ketten Witzes nein habe ich habe ich was in der Magie das ich benutzen kann wartet Magie Eisform ätherische Gestalt und verwendete Drachenseele verwendete Drachenseele ja tut mir leid Leute aber ich mache hier mal kurz Schluss und werde ich hier oben speichern und dann gucken was ich falsch gemacht habe oder werde ich hier speichern Seelenstand Fragment das ist natürlich sehr gut nein ich werde einfach mal hier speichern und dann im Internet meinem geliebten Internet nachgucken was ich mache also bis zum nächsten mal haut rein und hin